Hey, meine Rade-Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zusammen mit der Litzke. Hallo. Oh, da ist Elena ja schon. Nein, oh, Alter, hab ich jetzt fast runtergebounced. Also, jeder von uns hat ein Häuschen. Ich versuche gerade auf mein Rotes zu kommen, aber das ist... Nein! Nein, Ben! Das war die schlechteste Vorstellung aller Zeiten. Ja gut, Leute, das war's mit Runde Nummer 1. Wir haben leider verloren. Auf jeden Fall muss man auf diese Häuser, da muss man überleben. Und da passieren immer random Ereignisse, die drehen sich und explodieren. Man kriegt Waffen und am Ende kann noch einer gewinnen. Das bin nicht ich, aber vielleicht in der nächsten Runde. Lasst uns unbedingt ein Like da. Positive Bewertung, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ründchen Nummer 2. Schlechter kann's ja nicht werden. Oh, jetzt hab ich's auf Anhieb geschafft. Oh, Elena, pass auf, dass es dich auch runterhaut. Ah! Huch! Huch! Ben, wo bist du? Da ist ein Button. Müssen wir raus. Müssen wir raus. Nee, woher weißt du das? Oh, da kommt eine Flut. Kanntest du das schon? Nein, kann ich noch nicht. Ich bin tot. Du musst die voller Flut abhaben. Ja, ja, ich hab's geschafft. Nein! Ich hab überlebt. Ich hab über... Überlebe ich das, wenn ich hier... Ich muss locker da raus, oder? Okay. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Ja, komm mal, ich bin hier oben. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ich spring lieber auf dem Haus oder so. Meinst du? Auf da hin, das ist ja jetzt frei. Zack. Ja. Alter, Leute, das war aber knapp. Das war heftig. Heftige Flut, ey. Oh, da ist ein Hotel. Das Hotel ist geil. Da kann man sich im Bunker verstecken. Das kenn ich schon vom letzten Mal. Aber das mit dieser Flut war auf jeden Fall neu. Das kannte ich noch nicht. So, krieg ich... Krieg ich nur... Ein Spieler wird in einen Eispickel verwandelt. Guck mal, wie groß der ist. Was hat der in der Hand? Ist das zum Angreifen? Ne, ist das ein Buch? Er labert irgendwas. Philippe Monja. Keine Ahnung, was das bedeutet, Leute. Unser Haus wurde nach unten teleportiert, seh ich grad. Oh Mann, okay. Aber noch leben wir. Ein Haus wird aus billigem Materi... Äh... Dein Haus? Mein Haus? Hier wurde irgendeiner die Luft gesprengt, Alter. Ne, das Haus da wurde irgendwie aus Holz gemacht. Ich weiß nicht, was der mit diesem Buch hier vorliegt. Ich hab ein bisschen Angst, dass der mich killt. Weil da ist nämlich grad so ein Blitz eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob der den da... Oh, es sind schon voll viele tot, ne? Ja. Oh ja, oh. Achso, der ist gesprungen. Oh, oh, was bedeutet das, Disco-Kugel? Zwei Player. Oh Gott, ich hab schon Schaden bekommen, seh ich grad. Oh, meine Güte. Ah, nee, hab ich gar nicht. Oh, das ist mein Level. Das ist... Oh Gott, das ist ein schwarzes Loch. Kann es sein? Ein schwarzes Partyloch. Ah! Ich wurde teleportiert. Oh je, oh je, oh je. Das ist ein Partyloch. Ja, ja, ich wurde teleportiert. Das bin ich hier bei dem Grün. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Was ist das für ein Strahl? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Eissiebs. Okay, eine Plattform wird, glaube ich, zu Eis, wenn ich das richtig verstehe. Da ist ein Oster. Ja, ey. Watch out, Legspike. Was passiert jetzt? Irgendwas Heftiges muss jetzt passieren, Elina. Ja. Ich merk nix. Wie viel Leben denn noch? Ich hab auch einen Fidget Spinner. What? Ich hab keinen Fidget Spinner. Ah, jetzt weiß ich, was diese Kombination ist. Ihr... Jetzt stirbt der auch. Der stirbt auch. Ja, denn ihr Leben war verbunden. Das hab ich doch vorhin vorgelesen. Und weil der eine gestorben ist, ist jetzt einfach der andere auch gestorben. Okay, ah, okay. I got it. Ein Spieler braucht einen... Ich hab einen Fidget Spinner. Hello. Was passiert, wenn ich den drücke? Ich drück mal. Oh, dann kann man drehen. Oh! Ne, 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 ne. Das ist... Das ist... Ich bin nicht wirklich. Das ist... Lol. Okay, das war ein Fake. Okay, der Fidget Spinner ist schön und gut. Wie viel Leben noch, Nina? Nur der und ich? Äh, nur der und ich? Ich hab keine Arme mehr! Und der Typ... Oh nein, guck mal, der Fidget Spinner... Oh. Und der Typ, der brennt oder so. Und der hat mega wenig Abkeh. Und der hat... Genau. Oh, Leute, wir waren erste Runde, letzte und zweite Runde. Gewinnen wir vielleicht. Wir gewinnen halt echt, oder? Ja, ja, ja. Weil ich glaub, wir sind nur noch... Nein! Was hast du gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich komm wegen dem Fidget Spinner in der Hand, ey. Mann, ich hätte gewollt. Ich bin so ein Idiot, wäre ich einfach mal stehen geblieben. Neue Runde, neues Glück. Elina hat es schon geschafft zu sterben. Der war ja doch schneller als mein Tod, Elina. Das musstest du ja direkt sagen. Oh, Mann, oh. Einer hat ein Jetpack, ey. Aber... Oh! Oh, sich doch nicht so runtergefallen. Okay. Und einer farmt irgendwie Diamanten. Oder so stammt er auch noch. Und einer tanzt. Okay, Elina ist ein hatter Gegner, ein hatter Brocken. Oh, wenn sie jetzt weg ist, könnte das bedeuten, dass wir vielleicht gewinnen. Ein Spieler wird mad, wird sauer. Oh ja, der schreit rum. Aber ich bin's nicht. Ich seh doch mal los. Okay. Weiter geht's. Nächstes Ereignis. Einer wird Superspeed bekommen. Oh nein, bin ich das? Die hat ein Schwert. Das ist heftig. Einer ist ein F. Hab ich Speed? Nee, ich hab keinen Speed. Okay. Aber ich bin ein Elf. Oh Gott, die killt den Elfen. Oh, er ist rüber gesprungen. Springt sie hinterher? Traut sie sich? Naja, sie killt den anderen jetzt. Oh, sieht gut aus, die Einer. Ich brauch nur ne Waffe. Ein Spieler findet nen Fidget Spinner. Der hat mich gekillt. Der hat mich um den Sieg gekostet, dieser verdammte Fidget Spinner. Den werde ich niemals öffnen. Verdammte Mist da. Einer, you must mich ab... Oh! Oh, jetzt stirbt safe einer. Das schaffen die nicht. Oder beide. Die mit der Waffe, das ist ja perfekt. Die mit der Waffe, die kloppt die eine kaputt. Ja, aber das checkt doch. Sie überlebt sogar. Die eine ist weg. Aber hier, die... Oh ja, die ist over. Wie die noch schießt so, Alter. Die hat so ein Schutzschild. Ja, stimmt. Das hat die bestimmt als Drop bekommen. Ah. Aber sie muss nur noch... Nee, sie gewinnen aber beide nicht. Beide sterben. Weil ihr Schutzschild bringt ihr ja nichts. Oder? Oder wie... Die muss doch einfach nur hoch. Ja, wie lang... Wie verspät's, glaube ich nicht. Wie lang hält denn das Schutzschild? Oh, jetzt hat sie es erwischt. Wir sind noch... Drei sind wir noch, ne? Oh mein Gott, das könnte ein epischer Sieg werden, Alter. Vier seid ihr noch. Vier. Wo ist denn der Vierte? Ach so, nee, du bist das Hoppla. Ich bin der Elf. Okay, komm, gib mir eine Knarre. Oder ein Schwert. Einer hat ein Mini-Haus. Wer? Ah. Hier. Okay, der spielt das aber schon raus. Ah, okay. Ice Seeps. Okay, irgendwas mit Eis im Boden. Aber das juckt mich nicht. Weil ich bin auf dem Dach. Ein Lichtschwert wird jemand... Ich hab das Lichtschwert. Hallo. Bam. Jetzt zum anderen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Good job, Alter. Neues Hausmaterial. Fragen startet. You win, GG. Auf einer Plattform wird Weihnachten ausbrechen. Das war deiner. Bei mir, hallo. Ich wirf mein Dach, Alter. Lass mich auf mein Dach. Bei manchen Häusern geht das voll leicht. Und bei manchen voll schwer. Ein Spieler wird geheilt auf die Hälfte seiner HP. Geheilt würde ich das... Ah, da hinten ist er. Und der ist direkt runtergesprungen. Der hätte keinen Bock mehr mit halber Energie. Aber dass ich das Lichtschwert bekommen hab, war... Einer wird ein Schutzschild bekommen. Ah, der hier auf meinem Haus wird ein Schutzschild bekommen. Aber dass ich dieses Luftschwert bekommen hab, das Luftschwert, Lichtschwert bekommen hab, das wär ja übelst krass, ne? Ich hab die beide Warnet weggeflext. Was kommt als nächstes? Einer wird Frostbite entwickeln. Was bedeutet Frostbite? Ne Erkältung, oder wie? Zwei Player... Oh, zwei Player haben ein Duell. Da, da ist das Duell. Nehmt das Schwert raus, Blondie. Zu spät. Nein, 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 nein. Sie hat's nicht gecheckt. Und es ist deshalb jetzt. Und sie ist weg. Raus! Hä? Das hat wohl gelegt. Sie ist raus... Oh, ich hab auch einen Schutzschild jetzt. Ha! Ja, das ist bei dir... Hey, ich hab ne blaue Hand. Was macht meine Hand? Ach so, die erfriert. Wegen Wind. Oh, sie ist abgefallen. Oh Gott, mein Bein auch. Nein, nein. Hä, aber wieso bei mir? Ich hab was. Oh, oh. Nein, pass auf. Du hast das gesehen? Ich hab was in die Hand genommen für Speed oder so. Ja, ich hab's gesehen. Geben Sie aus meinem Haus raus. Ich möchte hier in Ruhe gelassen werden. Okay, da stehen wir jetzt mit. Einmal Firewind Laser, irgendwas, ey. Ah, ich brülle. Ah. Okay, also die Eins. Ich bin auch irgendwie, guckt mal hier. Das friert auch gleich ab. Oh Gott, ich hab keine Beine mehr in die Hand. Oh nein. Aber wieso passiert das bei dir nicht? Wieso hat das nur mich getroffen? Ein Spieler wird ein Zeitreise-Item finden. Ein Spieler wird eine Hausverbesserung bekommen. Ah ja, das da. Alter, was ist denn das für ein Haus? Das sieht ja übel komisch jetzt aus. Oh nein, es friert mein anderer Hand auch noch ab. Kann ich das retten, wenn ich hier die Tür zumache? Nee. Oh nein, ich bin tot. Ey, woran? Weiß ich nicht. Ich bin einfach explodiert. Und dann war ich raus. Alter, guck mal. Alter. Und ohne Beine noch topfig. Ich hab keine Beine und keine Arme, ey. Okay. Ein Spieler wird ein Forcefield bekommen. Bin ich? Bin ich? Bin ich? Bin ich? Nein! Sind wir nur noch zu zweit? Ja. Oh, Leute. Das wird der zweite Siegwurge. Ein Spieler wird eine Hausverbesserung bekommen. Ich bin ja auf der Bank. Ach so, dann sieht das so Luxus aus. Das sieht cool aus. Okay, ich hab keine Arme, keine Beine. Und er hat ein Schutzschild. Also eine mysteriöse. Oh, soll ich den trinken? Nee, zu riskant, Leute. Schmeißt du ihn weg? Oh, riskant. Nee, nee. Ein, also jemand startet einen. Das hat einmal funktioniert, aber zweites Mal. In diesem Shop, Elina, den hattest du doch auch schon mal, oder? Oh Gott, giftiger Regen, giftiger Regen. Wir müssen ganz schnell in das Haus. Okay, ich hab mich gesaved. Ich dachte, du wärst runtergefallen. Nein, nein, nein. Ich hab mich hier in das Haus gesaved. Damit ich den Giftkram nicht abkriege. Okay, da steht auch Sniper 2 von... Ah! Mein Dach ist kaputt. Okay, wir müssen uns weiter retten. Habe ich noch Sprungkraft? Ach so, das ist ja auch alles komplett kaputt hier. Warte mal, ich hab mich jetzt hier so darunter? Das müsste doch ungefähr hinhauen, oder? Oh, er hat aber mehr Schaden als ich. Viel mehr sogar. Der steht einfach auf dem Dach und kriegt kaum Schaden. Hallo? Säure, Regen? Mach mal was. Jetzt ist es vorbei. Das war ganz schön low, ey. Eine mysteriöse Potion. Jaja, er hat sie bekommen. Trinkt er sie? Keine Ahnung. Eine Platte wird größer. Okay, das war die, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, oh. Sniper. Oh. Er hat sie. Nee, ich hab sie. Ha! Ja, 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 ja. Schieß ihn ab. Warte, hab ich noch eine Sprungkraft noch? Ja. Ja, es backt ein bisschen, weil ich hab ja keine Dinger mehr. Keine Ahnung mehr. Nee, ich kann, glaube ich, nicht schießen, weil ich keine Ahnung mehr hab. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst unbedingt ein Like da. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschöö.